Es gibt zwei gewaltige Problembereiche. Das eine betrifft die Beziehungen der Menschen zueinander, also sowas wie sozialer Zusammenhalt, Solidarität als Gegengewicht zum Individualismus der letzten Jahre und Jahrzehnte. Und der zweite Bereich bezieht sich auf den Zusammenhang zwischen Mensch und Natur. Das betrifft natürlich Fragen des Klimawandels, der generellen Umweltverschlechterung, Biodiversität und ähnliches. Untertitelung des ZDF, 2020